Ich möchte ein letztes Mal diese Wege gehen. Alles prangt in herbstlicher Schönheit, als wäre hier nichts geschehen. Bald werden sie das Haupthaus abreißen und es wird nichts davon übrig bleiben. Nichts, außer dem, was ich nie vergessen werde. Ich bin in einem Nachbarort aufgewachsen. Mein Vater war der Bürgermeister. Und dieses Haus sollte ich einmal bekommen. Wilfried Butler hatte es gebaut. Wir hatten ihn nie gesehen. Und er lebte auch nie in dem Haus. Bis zu dem Tag vor Weihnachten 1950. Da kam er schließlich zurück. Zum letzten Mal. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Alle bei uns glaubten, sein Tod wäre ein Unfall gewesen. Wir wussten nicht, dass zu diesem Weihnachtsfest noch jemand im Butlers Haus gekommen war. Als amtlich bestellter Leichenbeschauer des Kreises Arlington im Staate Massachusetts erkläre ich hiermit nach einer offiziellen Autopsie durch den Amtsarzt, dass der verstorbene Wilfred Butler infolge eines offensichtlich durch ihn selbst verschuldeten Brandunfalles am Nachmittag des 24. Dezember 1950 umgekommen ist. Es werden keine weiteren Untersuchungen wegen des Leichnams angestellt und der Fall wird hiermit offiziell abgeschlossen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach der Untersuchung des Leichenbeschauers am Abend von Neujahr begruben sie Wilfred Butler. Niemand gab ihm das letzte Geleit. Es war das Begräbnis eines Fremden. Ich, Wilfred Butler. Im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, zumindest was die Welt Geist zu nennen pflegt. Vermache hiermit mein Haus mit Grund und Boden und allen persönlichen Gegenständen darin meinem einzigen noch lebenden Verwandten. Meinem Enkel Jeffrey Butler mit der Auflage und Verpflichtung, er möge das Haus verlassen, wie ich es verließ, um die Welt damit an ihre Unmenschlichkeit und Grausamkeit zu erinnern. 20 Jahre lang blieb das Haus genauso leer und unbewohnt stehen, wie Wilfred Butler es verlassen hatte. Bis zum vergangenen Jahr. Da begannen Gerüchte zu kursieren, dass es nun schließlich doch verkauft werden sollte. Die Zeitungsmeldung darüber wanderte durch das Land bis in ein Hospital für geisteskranke Kriminelle. Die Zeitungsmeldung darüber wanderte durch das Land bis in ein Hospital für geisteskranke Kriminelle. Die Zeitungsmeldung Der Mann, der erschien, um das Haus zu verkaufen, hatte es nie vorher gesehen. Er war ein angesehener Rechtsanwalt aus der Stadt, dem sein Job Spaß machte. Stopp! Schau her, bitte! Eine großartige Erscheinung! Sieh doch mal! Hey, warte! Wo läufst du denn hin? Du kannst doch nicht vor mir die Räume betreten! Nur noch ein Foto! Bleib da stehen! Ich möchte uns beide drauf haben! Lächeln! Und nun die neuesten Nachrichten vom Tage von Station WLIX, Redakteur im Studio Roger Fellow. Zunächst die Nachrichten in Schlagzeilen. Warenhaus Brand in Newark. Es wird Brandstiftung vermuten. Flucht eines Insassen des Hospitals für geisteskranke Kriminelle in Margaretville. Die Polizei hat noch keiner der Sputkunden. Hochwasserwelle überflutet. Der Armehaus Brand in Newark. Es wird Brandstiftung vermuten. Es wird Brandstiftung vermuten. »Bonfl klimat in Newark«. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was habe ich dir gesagt? Ist es hier nicht wundervoll? Können wir uns nicht noch den Rest anschauen? Schätzchen, das war der ganze Ort. Ich fürchte, der mehr erwartet bereits. Mein Liebster ist so ein bedeutender Mann. Ja, richtig. Logas sagt das auch immer. Darling. Was? Bleib nicht so lange. Anne, wenn du dich langweilst, zieh dich hier um. Früher oder später werden wir auch das hinter uns haben. Ich bin nicht so lange. 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 Ich bin sehr freud und dankbar für Ihren überaus freundlichen Empfang. Ich bin nicht so lange. Ich bin nicht so lange. Fahren Sie fort, Mr. Carter. Ich glaube, dass Sie interessiert sind am Kauf dieses Hauses, meines Klärten. Interessiert? Wir baten ihn darum. Wir schrieben Briefe und... Das reicht es. Aber es ist wahr. Ärger. Immer und immer wieder Ärger. Ich habe die letzten 20 Jahre oder mehr Leute von hier wegbringen müssen. Landstreicher, Einbrecher, Kinder. Das waren die Schlimmsten. Die dachten, sie könnten mit uns machen, was sie wollen. Dieses Gequatsche über Humanität. Nein, nein, nein. Inhumanität. Was zum Teufel soll das, hm? Ja, freilich. Er war... Er war ein verbitterter Mann. Hass. Ja, das muss es wohl sein. Ich behaupte, er hat uns gehasst. Ja, er hat gehasst. Tja, manche Menschen sind auch so. Tja, Tja, manche Menschen sind auch so. Tja, Mann! Für mich ergibt sich die Frage, reflektieren Sie noch auf das Haus? Heißt das, Sie bieten es uns an, Mr. Carter? Genau. Wieso jetzt? Tja, also das ist Mr. Butlers Sache, oder nicht? Sie wissen wohl, wir sind nicht reich. Die meisten von uns sind während der Wirtschaftskrise hergekommen. Aber wir hängen an dieser Stadt. Es ist unsere Heimat. Und natürlich wollen Sie sie ausbauen. Genau das. Mein Klient kann das gut begreifen, hat volles Verständnis dafür. Er würde es unter seinem Wert verkaufen. Für 50.000 Dollar. In bar. Bis morgen Mittag. Das ist ein Batzen Bargeld. Aber die Gewinner bei dem Handel wären Sie. Wie wär's denn mit Wulton? Du bekämpfst es doch von der Bank. Bin ich richtig verstanden worden? All das Geld? In Ordnung. Ich warte auf Ihre Antwort bis morgen. Sie bleiben über Nacht hier? Ja. Darf ich fragen, wo? In dem Butler-Haus. Wir könnten Sie gerne im Hotel unterbringen. Als unseren Gast. Nein, nein, nicht erforderlich. Das Paradies-Motel. Das ist wirklich nett von Ihnen, aber ich erwarte Mr. Butler noch zu einer persönlichen Besprechung. Falls Sie telefonieren wollen, schalte ich Ihnen den Anschluss an. Nein, machen Sie sich keine Umstände. Keine Umstände. Sie werden es brauchen. Sie werden sonst einsam sein da draußen. Also, Sie haben mich überzeugt. Danke sehr. Nebenbei, kennen Sie Mr. Butler schon seit Längerem? Nein, bin ihm noch nie begegnet. Er rief mich an, ob ich das für ihn aushandeln wolle und ich sagte ja. Und er schickte den Schlüssel in mein Büro. So, Mr. Mayor, Sheriff, Mr. Thurman, Miss Howard, also bis morgen. Tatsächlich, ich bin froh, dass alles so gelaufen ist. Ein Schlitzohr, ein echtes Schlitzohr. Er ist ein bekannter Anwalt, bin und wir haben das zu respektieren. Sag du mir was über Anwälte. Habt ihr gesehen, wie er uns angeschaut hat, was er für Klamotten trägt? Das ist schließlich sein Job. Sag mir bloß nichts über Advokaten. Wisst ihr, was ich erleben möchte? Zwei wie der, die miteinander reden. Und keiner würde dem anderen ein Wort glauben. Ich liebe dich auch. Hanni, wenn ich heimkomme, habe ich eine hübsche Überraschung für dich. Oh, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, dann wäre es doch keine Überraschung, nicht wahr? Nein, nein, so schnell kann ich nicht heimkommen, aber ich komme bestimmt sehr bald. Sehr bald. Gut. Hanni, natürlich vermisse ich dich. Ja, 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 ich vermisse Mami auch. Laura, alles Gute. Schau, wir telefonieren morgen. Nein, sag Jenny, ich muss wieder in die Sitzung. Ja, wenn du das so ansehen willst, dann habe ich ziemlichen Erfolg damit. Dasselbe für dich, Darling. Was bedeutet es, viel Vergnügen? Es wäre ein Wunder, wenn wir es kriegten. Was dann? Abreißen. Abreißen. Okay. Okay. Wohl besser, wenn ich gehe. Tu mir einen Gefallen, Tess. Ruf Dian an und sage, ich gehe nach Wilton. Es wird vielleicht später. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das wirkt so verschwenderisch Sein Großvater saß als Denkmal Siehst du, der Verwalter hat alles so belassen, wie es mal eingerichtet war Was für eine Art Denkmal soll das denn sein? Tja, das ist das Merkwürdige Niemand erinnert sich an irgendwas Das ist doch nicht unüblich in Amerika Oh, ich glaube, das kenne ich Und er geht mit mir und er spricht mit mir Und er sagt mir, ich bin sein Und er geht mit mir und er spricht mit mir Und er sagt mir, ich bin sein Wunderschön Ja, bei Beerdigung sehen Sie es Auf dem Friedhof? Auf einem kleinen Friedhof in Georgia Und auch auf einem Friedhof in Florida Aber sie sind beide längst der progressiven Städteplanung geopfert None other has ever known Und er sagt mir, ich bin sein Das Einzige, was ich in dem Delikatessladen bekommen habe Ist Schinken, Salami, Kartoffelsalat, Macaroni und eine Flasche Wein Dann nehme ich Schinken und Macaroni Nein, nein, ich nehme Kartoffelsalat Hast du den Wein ausgesucht? Hat der Delikatessenmann empfohlen Er sagt, es ist eine besondere Auslese Oh, wirklich? Der ist für Kenner Jahrgang 1970, kaum noch zu haben Kann ich auch davon haben? Natürlich, natürlich kannst du Danke sehr Bestimmt war sie einmal wundervoll Was? Die Menschen, die hier lebten Ihr Leben stelle ich mir wundervoll vor Vielleicht war es das, vielleicht auch nicht Wenn du dir die Situation damals zur Weltwirtschaftskrise vorstellst Da gab es Zusammenbrüche, Bankrotz, Elend, Verzweiflung und Verbrechen In dieser Zeit also hat sich jener Butler das Haus gebaut und es so eingerichtet Dann muss es mal so gut gegangen sein Vielleicht, aber was wird nun aus diesem Haus? Es besteht der Plan, acht Parzellen zu machen Da kommt also eines Tages eine Kolonne und reißt das hier alles nieder Und danach entstehen kleine Einzelhäuser Alle auf diesem Grundstück, damit es acht stolze neue Hausbesitzer geben kann Ein Bulldozer wird den Hügel heraufkommen auf dieses Haus zu Das wird die Überraschung seines Lebens sein So werden die schönsten Dinge in der Welt von Dummheit und Geldgeiz gestört Aber warum will dein Auftraggeber das zulassen? Er muss doch das Haus kennen Na ja, wie wir fast jeder von uns Geld haben Er verlangt lediglich 50.000 Dollar bar für den ganzen Besitz Und wenn er ein bisschen warten würde, könnte er mindestens rauskriegen 250.000 Aber er hat keine Geduld Es ist nicht zu fassen Wie wär's, wenn wir nach oben gingen? Du weißt, eins der größten Vergnügen im Leben Besteht in dem Vergnügen, ein Vergnügen zu erwarten Ist es nicht so? Wir sind schon sehr nahe davor, nicht wahr? Sicher, die wir sehr nahe Ich sehe noch nirgendwo ein Bett Sieh dich um, Liebling Butler sagt, das Haus ist komplett eingerichtet Ja, komplett eingerichtet Ist irgendwas los gewesen? Nein, aber schauen Sie mal her Immer noch Fußball, ha? Sehen Sie, die zerdrückenden Quarterback Sehen Sie nur auf seinen Armen Ich hab keine Zeit für sowas Oh, Tess Was ist denn nun mit dem Telefon zum Butler-Haus? Funktioniert? Dann versuch's mal Ich warte Hallo? Oh ja, Miss Howard Ja, das Telefon funktioniert gut Alles nett von Ihnen anzurufen Vielen Dank Gute Nacht Ah nee, ich muss noch mal zum Wagen Ein paar Zigaretten holen Das dauert nicht lange Okay Hab keine Angst allein Aber nein Das dauert nicht immer zum Wagen Das dauert nicht mal klar Wie geht die уст langs? Ich schätze dich um Ja, ich schätze dich Ja, ich schätze dich Und das ist mir Ja, ich schätze dich Genau, ich schätze dich Ja, ich schätze dich Ich schätze mich Untertitelung. BR 2018 Na, hast du die Zigaretten? Ja, ja, ich hab sie. Gibst du mir eine? Aber sicher. Ist das nicht eine merkwürdige Sache, dass diese, diese Zigaretten in so kleinen Päckchen sind? Zieh her. Oh, das ist für mich? Mhm. Darf ich's aufmachen? Oh, nein, 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 nein. Unsere Weihnachtsbescherung ist erst morgen. Ist das ein Befehl? Ja, Maim, das ist ein Befehl. Was ist das? Ja, ich hab sie. Danke. DER 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 D Wer dann? Der Besetzer. Butler? Ja, ich bin zurückgekommen. Carter ist nicht da. Sprich lauter, ich kann nicht verstehen. Kann ich nicht. Kannst du hier kommen? Was ist los? War es nicht in Ordnung? Carter ist nicht da. Er ist weg. Würdest du bitte kommen? Okay, okay. Wirst du da bleiben und da wohnen? Ich warte auf dich. Bitte schnell. Ich fürchte mich. Nur keine Sorge. Ich komme schon. Mr. Butler, sind Sie da? Tess, ich bin zurückgekommen. Was ist los? Tess, ich will dich sehen. Hallo. Wer ist da? Du kennst mich, Tess. Tess, ich bin Mary Ann. Sag's dem Mäher. Sag's ihnen allen. Ich warte im Haus meines Vaters. Tess, es ist so einsam hier. Bleib nicht so lange. Hallo. 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 Oh mein Gott, wo sind die bloß alle? Hallo? Oh Maggie, Gott sei Dank. Was ist denn los, Des? Es braut sich was zusammen, was schreckliches, kannst du schnell losfahren. Oh, ich sitze beim Fernsehen. Maggie Darley, du begibst dich jetzt hierher. Na gut, wenn es sein muss. Los, bitte beeil dich. Beeil dich doch, Maggie. Werde, werde. Steigen der Pratsch, nicht, die hält. Greig. Werde, werde. 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 Schau, schau, schau. Untertitelung des ZDF, 2020 Kommen Sie rein! Die Tür ist offen! Okay, Mister, das ist nahe genug. Wen suchen Sie hier? Den Meier. Tut mir leid, mein Vater ist nicht zu Hause. Keine falsche Bewegung! Wollen Sie, dass ich die Hände hochnehme? Nein! Bleiben Sie da stehen! Warum steuern Sie mich so an? Ich glaube, ich kenne Sie von irgendwo. Das liegt an dieser Kanone. Ich habe Angst vor Ihnen. Das kann ich verstehen. Vielen Dank. Trägt hier jeder so ein Ding mit sich rum? Sie können ja den Sheriff fragen, wenn er erscheint. Ich rufe ihn an. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Das Sheriff-Büro ist leer. Woher wollen Sie das wissen? Ich war gerade dort. Wer sind Sie? Jeffrey Butler. Sie verkaufen also das Haus? Ja. Haben Sie irgendeinen Ausweis? Kommen Sie. Lachen Sie nicht über mich! Ich will Ihren Ausweis. Ein Verrückter ist aus Margarets Will geflüchtet. Okay. Legen Sie ihn auf den Tisch. Auf den Attenplatz. Kalifornischer Führerschein. Kann man ja gratulieren. Wollen Sie auch meine Irrenkarte? Aus der Klapsmühle? Die bekommt man, wenn man abhaut. Da ist ein großes rotes M drauf. Das soll die Leute verwirren. Okay. Also es tut mir leid wegen der Kanone. Mein Vater ist in Whirlton, Ihr Geld besorgen. Alles, was ich will, ist, in mein Haus zu gehen. Im Sheriff-Büro muss ein Schlüssel sein. Der Assistent müsste Bescheid wissen. Wo finde ich den? Sie gehen die Straße runter bis zur Markthalle, dann kommt ein weißes Haus mit weißen Fenstern und da stehen Sie bereits davor. Danke. Ist in Ordnung. Frohe Weihnachten. Ihnen auch. Wenn ich nicht in einer Stunde zurückrufe. Was dann? Ruf den Mayor an. Oder Mr. Toman. Und niemand anderen. Versprich mir, dass du das tust. Aber sicher. Dotier dir, Sani. Dann vergisst du's nicht. Ich fahre auf der westlichen Straße 5 zum Butler-Haus. Ihr hört von mir. Was zum Teufel bedeutet das Licht da draußen? Was zum Teufel bedeutet das Licht da draußen? Mit dir, dass du das nicht in der Straße dealingst. Von mir. Was dann bei dir? Ich fahre auf der Stimme. Nur an! Äh! T Super! Ich fahre auf der Stimme. Doppelwitzel! Auf der Stimme. Du bist ist in der Stimme. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist kalt. Jemand hat eine Sonnenbrille verloren. Die trägt der Sheriff. Ein Anwalt ist verschwunden, ebenso der Sheriff. Und Sie kriegen seltsame Anrufe. Und irgendwer interessiert sich für das Grab meines Großvaters. Lassen Sie uns hier verschwinden. Wollen Sie immer noch in mein Haus? Ja. Aber ich ginge nicht gern allein. Hören Sie... Ich habe keine Angst. Natürlich nicht. Es ist die Kälte, deshalb sie drehe ich. Lassen Sie uns von hier weggehen. Okay. Wir besorgen uns Hilfe in der Stadt. Es ist eine Fahrt von zehn Minuten. Ich komme. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich wünsche schöne Feiertage. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Assistent ist nicht da, dafür aber Thoman. Wer ist Thoman? Kommen Sie, Sie werden sehen. Mr. Thoman, warten Sie. Nein, bitte, ich muss mit Ihnen reden. Entschuldigen Sie, dieses Jeffrey Butler, er ist der, der das Haus verkauft. Er kann aber nicht hinein. Mein Vater ist nach Wilton gefahren, also sind wir erstaunt, dass... Ist was los? Er schreibt's auf. Tess? Sie ist in seinem Haus. Warum ist sie da rausgefahren? Ich weiß nicht. Wie auch immer, sie kann nicht rein. Er sagt, es ist verschlossen. Er sagt, sie hasst das Haus. Würden Sie gern da hinfahren? Dianne kann hierbleiben und sich einschließen. Ich hab keinen Schlüssel. Dianne kann hierbleiben. Dann war uns wieder hitsource. Ich hab keinen Schlüssel. Und das ist, dass ... Und da iste ich nicht dinner. Das ist alles. Das ist mein Haus. Hier wohnt es. Und Tess ist nicht da. Sind Sie nur zufrieden? Sie muss zu mir gefahren sein. Warum wollte sie nicht dahin? Sie hasst es. Möglicherweise wollte sie wissen, wer die Frau da ist. Jemand hat vorhin beim Mayor angerufen. Sie sagte, dass sie wartet. Was soll das? Hallo? Jeff? Hallo? Ist irgendjemand da? Wer ist dort? Ich bin Diane Adams. Wir sprachen schon vorhin. Bring deinen Vater in das Haus. Hier ist Marianne. Sag ihm, ich habe das Tagebuch. Ich warte. Wer sind Sie? Er weiß es schon. Weihnachtsabend 1935. Hallo? Hallo? Streife 93. Ihr Auftrag New Village hat sich erledigt. Kehren Sie zu Ihrem Standplatz zurück. Streife 21. Fahren Sie ohne Vorrecht zur Tankstelle Kreuzhochstraße 7 und 51. Musik 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 Sheriff, ich habe deinen Wagen gesehen Bill Bist du da? Tess Du kannst mich nicht sehen Dafür ich dich umso besser Oh ja Ich erinnere mich noch an alles, Tess Du bist jetzt älter Und fetter Aber immer noch die Tess Und jetzt fürchtest du dich Nicht wahr? Hab keine Angst Ich will dir ja helfen Nimm meine Hand Nimm sie, Tess Die Stimme am Telefon hat gesagt Weihnachtsabend 1935 Aber das war nicht der Beginn Es fing 1927 1927 Das Butlerhaus wird von Wilfried Butler wieder instand gesetzt Danach fanden darin gesellschaftliche Veranstaltungen statt Nichts Besonderes Dann, 1930, stirbt Butlers Frau Catherine an Tuberkulose Im August 1933 beginnt es Wilfried Butlers Tochter wird grausam überfallen und vergewaltigt Ihr Name ist Mary Ann Den selben Namen gebrauchte der nächtliche Anrufer, der mir Botschaften aufdruck Sie war 15 Jahre alt Und am 2. November 1934 Brachte Mary Ann Butler einen Sohn zur Welt Jeffrey Butler Jeff Anfang 1935 wurde das Butlerhaus an einen Dr. Robinson übergeben Als Sanatorium für gemütskranke Patienten Und dann begann Butler zu erklären Er habe seine eigene Tochter Mary Ann in die Obhut des Sanatoriums übergeben Diese Geschichte hat überhaupt kein Ende Sie wurde sorgfältig aus allen möglichen Papieren zusammengetragen Warum hat das Turmen getan? Und dann folgt die Abhut des Sanatoriums übergeben Warum erschrecken Sie mich? Was ist passiert? Was passiert ist? Tess hat 40 Vogelkäfige. Thurman ist hysterisch und alle sind in meinem Haus außer mir. Es ist kalt draußen und Sie haben nicht mal die Tür abgeschlossen. Jeff, wie alt sind Sie? Wie alt ich bin, Sie meinen, wie viele Jahre ich gelebt habe. Also, da steht eine Menge in den Papieren über Ihre Familie. Ich möchte nicht gerne über meine Familie sprechen. Warten Sie mal, da rief eine Frau an und sagte, ihr Name wäre Mary Ann. Das war der Name Ihrer Mutter, nicht wahr? Meine Mutter schlug im Kindbett. Deshalb bin ich auf Wanderschaft. Das steht in den Papieren anders. Was soll das alles? Ich finde, Sie sollten das auch alles mal lesen. Tät ihn gut. Nichts, was Sie mir über meine Vergangenheit oder Zukunft sagen, kann gut für mich sein. Wo sind die Papiere? Auf dem Tisch hinter mir. Sie haben mich immer belogen. Und was soll denn nun werden? Jeff, nehmen wir an, Ihre Mutter lebte noch. Könnte sie nicht im Haus auf Sie warten? Ich weiß nicht. Komm also. Keine Umwege mehr. Lassen Sie uns rausfahren. Lassen Sie uns rausfahren. Der Wagen von Thurman! Er ist leer! Jeff, pass auf! Oh mein Gott! Bleiben Sie da weg! Es ist Thurman! Weg da! Er ist Thurman! Buh! Seine Hände Jemand hat ihm seine Hände abgeschnitten Sie haben ihn getötet Sie haben Traumern umgebracht Er wollte um Hilfe bitten Und sie töteten ihn Gehen Sie in den Wagen Gehen Sie in den Wagen Das war's. Butler House. Die Autoschlüssel hat er mitgenommen. 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 Ich schreibe es nur für mich selbst in der Hoffnung, dass mir vergeben wird, falls das noch möglich ist. Und ich schreibe es für dich, Mary Ann, deren Kindheit und Unschuld ich zerstört habe. 1935 hatten die Ärzte meine Tochter bereits ein Jahr in Behandlung. Ich hatte geglaubt, sie könnten sie heilen. Das Kind Jeffrey hatten sie uns weggenommen und nach Kalifornien in Pflege gegeben. Ich verwandelte mein Haus in ein Sanatorium und brachte die Ärzte dazu, hier zu leben. Sie holten weitere Patienten her und fühlten sich wohl bei mir. Und ich erinnere mich an eines gewiss, es kann kein reizenderes, glücklicheres Kind gegeben haben. Hören Sie, Ladies und Gentlemen, ich bringe jetzt also einen Toast. Oh, Doktor, bitte. An Weihnachten nach diesem ersten Jahr wusste ich, dass ich jetzt handeln musste. Nicht für mich, sondern für mein hilfloses Kind. Und lassen Sie uns auf eine glückliche Zukunft trinken. Noch hatte ich keine Pläne. Alles, was ich wusste, war, dass ich Sie diesen Menschen entziehen musste. Und Sie versprachen es mir auch. Aber Sie loben. Erheben wir uns also. Ich wusste spätestens am Nachmittag, würden Sie alle in einen Anfall von Stumpfsinn versinken. Davon befürchtete ich das Allerschlimmste. Sie benahmen sich nicht mehr wie Gäste, sondern als gehörte ihnen mein Haus bereits. Hatten Sie sich erst wie arme Verwandte verhalten, so wurde Ihr Benehmen nun immer frecher und geriet außer Kontrolle. Sie benahmen sich nicht mehr. Nach dem Essen begannen sie zu tanzen und tranken Unmengen Alkohol. Die ganze Zeit lächelte mich Dr. Robinson an und beschlichtigte mich. Sie brachten mich dazu, Ihnen zu glauben. Ich hatte ja gar keine andere Wahl. Wilfried, vertrauen Sie mir. Sie können mir wirklich glauben, dass... Mary Ann wird gesund, sagte er. Er sähe einen Hoffnungsschimmer, einen Lichtschein am fernen Ende eines langen Tunnels. Das ist ein Licht am Ende eines langen Tunnels. Bleiben Sie nur hier, Doktor. Ich hole neuen Champagner. Der Mann war fertig, das wusste ich. Besoffen, fett und von seiner Wichtigkeit überzeugt. Ich ging. Ich ging. Es geht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hätte wissen müssen, was geschehen würde, wenn ich diese Verrückten freilasse. Und das ist meine Schuld. Ich wusste es und ich befreite sie dennoch. Und das ist meine Schuld. 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 Und das ist meine Schuld.